In Den Haag hat die niederländische Polizei bei einer Demonstration von Klimaaktivisten mehrere hundert Menschen festgenommen. Sie hatten zum wiederholten Mal einen Abschnitt der Autobahn A12 in der Nähe des Parlaments- und Regierungssitzes blockiert. Mit der Aktion wollte die Gruppe Extinction Rebellion eigenen Angaben zufolge gegen die Energiepolitik der Regierung protestieren. Mehr als 3000 Menschen hätten nach Schätzungen teilgenommen. Interrompere gli incentivi finanziari all'industria fossile e di dirottare gli extra-profitti di queste aziende in azioni contro il cambiamento climatico. Manche di istituire un'assemblea cittadina per decidere come i Paesi Bassi possano diventare neutrali dal punto di vista climatico entro il 2025. Finora i cannoni ad acqua della Polizia non li hanno fermati e l'obiettivo è di resistere a oltranza e di bloccare questa strada. Vincenzo Genovese, Euronews, Laia.